Norddeutscher Rundfunk 2021 Was machst du da eigentlich? Der Opa hat die Falsche liquidiert. Mach einmal den Pass, Opa. Muss eigentlich der Pauli halt. Der ist nicht so anstrengend wie du. Paul kommt nicht. Ich bin viel unterwegs. Bist du Lkw-Fahrer? Ich könnte auch beim Zirkus arbeiten. Rüdiger Gustav übrigens. Was machst du so? Ich bin nautischer Wachoffizier. OMG Ich mache das einzige was man offenbar bei dir machen kann. Abhauen. Du traust dich gar nichts mit deinem scheiß Hockeystick im Marsch. Du schaust lächerlich aus. Willst du gescheit spielen? Oder muss ich mich wieder anderen suchen? Ja, unser Opa. Wieso ausgerissen? Aaaaaahhh ARD Text im Auftrag von Funk